Warum hast du beim Metzger heute erzählt, dass die Mama herkommt? Das klingt ja alle an unsere Probleme. Nein, ich kümmere mich hier um deine Tochter und du lässt sie es dir da einfach gut gehen. Du hast recht, ich kann nicht von ihr wegkommen, wenn ich sie ständig vor mir habe. Das ist irgendwie wie bei einem Alkoholiker. Bist du gescheuert? Das ist nicht deine Entscheidung, kapiert? Não bin ich superst Häuert mich möge. vào meinem玩er. Le så Nxt tatsächlich in Bayern leichter jetzt ins